Boah, er alle nachträglich ist für mich auf jeden Fall eine krasse Nummer. Das war das erste Lied, was wir gemacht haben. Das hat mir Mini geschickt. Ich war irgendwie in irgendeiner anderen Stadt von irgendeinem Konzert auf dem Weg in die nächste, wo irgendwas anderes war und war mega verkatert im ICE, der war komplett voll. Das ist halt, bezieht sich auf eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, noch ganz, ganz, ganz unsicher zu sein und einfach unfassbar viel falsch gemacht habe, was ich auch jetzt im Nachhinein sehr bereue. Und irgendwie habe ich das Gefühl, damit konnte ich das so ein bisschen loslassen. Ich habe das so mit einem mobilen Hotspot runtergeladen von meinem Handy im Bordrestaurant und war nur so, boah, krass, das ist heftig. Und dann habe ich es direkt im Bordrestaurant auch noch runtergeschrieben.